Herzlich willkommen zu einem weiteren C64-Klassiker auf meinem Kanal. Wir spielen Der Preis ist heiß. Ja, Walter Freiwald war eben noch im Dschungelcap und jetzt ist er hier bei mir. Zusammen spielen wir Der Preis ist heiß und natürlich darf Harry Wienfurt nicht fehlen. Wir starten ein neues Spiel. Ich bin leider alleine. Der Walter, der traut sich nicht. Der sitzt hier neben mir. Der sagt auch nichts. Ich bin männlich, sofern ich das weiß. Und mein Name ist Perudor. Ach nee, jetzt passt das noch nicht mehr. Okay, dann unsere traditionelle Abkürzung. Wollen Sie anders... Ja, aber definitiv will ich anders aussehen. Oh, nee. Ist das eine Frau? Hm. Hm. Dann nehme ich mal den hier. Obwohl ich keine Brille trage. Nein. Ach, Quatsch. Ach, ich habe verkehrt gedrückt. Entschuldigung. So, nee. So, mit mir spielen Sonja, Bert und Agnes. Ja, der Bert. Oh, der Bert. Bitte Return. Moment. Ja, der Preis ist heiß. Hervorragendes Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Gab es damals in so einer riesen Umverpackung, wie Glücksrad und die ganzen anderen Spiele, wie sie noch heißen. Bingo. Und so weiter. Per. Achso, ich bin dran. Ja. Schätzen Sie den Preis? Elektroherd mit Abzugshaube von Schiemens. Oh, das ist ja echt ein super Preis. Ich tippe mal auf 1.499 D-Mark. Ja, man beachtet, dieses Spiel ist schon etwas älter. Oh. Hm. Bert hat gewonnen. Für 899 D-Mark. Mit Dunstabzugshaube im ganzen Herd. Zeranfeld. Ach gut, das gab es vielleicht damals noch nicht. Na gut, der Bert ist dran. Aber wir spielen natürlich für den Bert das Spielpreisband. Nein, das kenne ich noch. Das brauche ich nicht. Die Hilfe. Wir haben hier einen Rasenmäher mit Benzinmotor von Ballcraft. Ja, der Vorgänger von Minecraft, denke ich mal. So, das Band, das bewegt sich jetzt von links nach rechts. Und wir müssen irgendwann die magische Stopptaste drücken, wenn wir glauben, wir sind in diesem Bereich des Preises. Ich weiß gar nicht, was so ein Rasenmäher kostet. Ich habe gar keinen Rasen zu Hause. Deswegen mähe ich auch nicht zu Hause den Rasen. Aber ich drücke jetzt einfach mal die Stopptaste. Leider verloren. Es kostet 539 D-Mark, dieser tolle Rasenmäher. Habe ich leider nicht gewonnen. Das macht nichts. Auf zur nächsten Runde, Tine. Auf geht's. So. Schätzen Sie den Preis. Das Geschirrspüler mit Vario-Sprühsystem von BEG. So, was kostet denn so ein... Sagen wir mal 691 D-Mark. Die Sonja hat gewonnen. Ja, leider. Sie hat mehr getippt als ich. Aber ich spiele für die Sonja. Und zwar richtiger Preis. Oh, da brauche ich, glaube ich, doch mal die Hilfe. Was heißt das? Ziel. Sie sollen die Sache erraten, die den in der Mitte des Bildes gezeichneten Preis hat. Okay. Mit dem Cursor-Tasten auswählen und mit der Return-Taste bestätigen. Auch das klingt ja relativ einfach. Der richtige Preis. 49. Der Toaster. Automatik-Toaster von Schleckermann. Oder das Auto von Boys or Us. Also 50 Euro. Tippe ich mal auf das Auto. Es ist doch der Toaster. Na gut. Ich dachte, dieser Automatik-Toaster von Schleckermann. Der ist ein bisschen teurer, aber leider nicht. Tja. Jetzt kommt der Hans dran. Weil der Preis ist heiß. Schätzen Sie den Preis, liebe Gäste. Esstisch-Kombination mit sieben Stühlen von Rauhaus. Wahrscheinlich Bauhaus. Ja, was kostet denn so ein Tisch? Ein Tisch 130 Euro. So ein Stuhl. Na, 50 vielleicht. 100. 200. 300. 50. 400. Sagen wir mal. 200 D-Mark. Ach, herrje. Ach, herrje. 1619 D-Mark. Die Tina hat gewonnen. Die ist am nächsten dran. Die darf jetzt das nächste Spiel spielen. Da stelle ich mir manchmal die Frage, was kostet das? Ich habe das damals auch, als ich geguckt habe, nie so ganz manchmal verstanden, welche Preise die nehmen. Wahrscheinlich die überteuerten Preise von Quelle. Plinko. Ja, da brauche ich bitte doch mal die Hilfe. Ja. Erraten Sie die Preise von vier Dingen und verdienen Sie Pucks. Ach ja, stimmt. Pucks. Für das die 25.000 D-Mark Plinko-Spiel. Super. Anfangs haben Sie nur einen Freipuck. Sie können drei dazu gewinnen. Aha. Mit den Cursor-Tasten hoch und runter wird der richtige Preis für eine Sache ausgewählt. Dann bitte Return drücken. Sie haben das Recht. Äh. Haben Sie Recht? Erhalten Sie? Ach so. Natürlich einen zusätzlichen Puck. Klar. Ich glaube, bei dem Plinko-Spiel muss man den Puck links und rechts bewegen. Mit Return loslassen. Ich glaube, das kann ich mich gut daran erinnern. So. Plinko. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten den richtigen Preis. Bestätigen Sie mit Return. Ein antikes Telefon von General Electronics. 309 Euro. Leider falsch. Na super. Ein paar 14-Karat-Gold-Uhrringe. Hä? 140. Also bitte. Gut, dass ich damals nie mitgespielt habe. 210 Euro. Natürlich. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten den richtigen Preis. Ja. Von der S-Tisch-Kombination. Hätte ich jetzt besser mal aufgepasst. Ich habe einen weiteren Puck gewonnen. Juhu. So. Jetzt kann ich bei Plinko den Puck raussuchen und hinstellen und einfach Return drücken und hoffen, dass er in die volle 5000 wandert. Poing, 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 poing. Und mit meinem Glück wird er wahrscheinlich in die Null wandern. Ja. Super. Und 500 D-Mark habe ich gewonnen. Das muss ich gleich mal in meine CD-Raum laufen, da gucken, ob das Geld wahrscheinlich schon da drin liegt. So. Hier starten wir mal den Pinko. Plinko meine ich natürlich. Entschuldigung. Und natürlich 0 Euro. Aber eben hin. 500 Euro haben wir gewonnen. Ja. Dreh 100. Benötigen Sie Hilfe? Nein. Das schaffen wir einfach mal so. Ich bin leider gar nicht dabei. Sehe ich gerade Bert, Sonja. Und 80. Tine hat gewonnen, hat die höchsten Punkte. Und sie kämpfen im Finale um den Hauptpreis. In der Preis ist heiß. Ja, ich glaube an das Glücksrad. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja. Der gute Perrudo hat leider es nicht in das Finale geschafft. Und da ist er jetzt sehr traurig. Und jetzt geht er erstmal in die Ecke weinen. Na ja. Ist aber nicht so schlimm. Das passiert. Ja. Das war. Der Preis ist heiß seiner Zeit. Ein Hit zusammen mit Glücksrad. Und den anderen super Sendungen wie Bingo. Jeopardy glaube ich hatte ich auch für den C64. Was gab es denn da noch? Familienduell. Ach. Da gab es eine Menge an klasse Spiele. Nicht alle gut umgesetzt. Aber den Spielspaß hat es doch gebracht. Natürlich nur mit mehreren Personen. Mit der Family zu Hause. Das war ein Spaß. Danke fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns im nächsten Retro-Klassik-Video wieder. Oder in einem anderen Video. Wie auch immer. Wie ihr Lust habt. Danke fürs Zugucken. Dranbleiben. Bis demnächst. Tschaui. 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 Vielen Dank.